Mh mh und wir spielen wieder ein totales Chaos und ja Puh Gleich werden wir ein paar Leute rasieren Mh der Scherthaus und Wegele da Übertrags-Einstellung Oh, Andi ist schon da Gerade erst leicht gestattet, jetzt ist das schon da Alter, in der 40 Sekunde ist das schon da Space Space Oh, andi ist schon da Nice Nice Route 6-6 Leute, ihr wisst, was ich will nicht nehmen Mund auf Oh, Leute, das ist so cool gemacht Da kann man so ganze Zeit springen, das ist so geil Stalingrad 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 Oh man Hey What? Ich brauche diese Heilung Wir können die Aufnahme Hör bitte auf mit Stalingrad 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 Heil mir Stalingrad Heil mir Heil mir Stalingrad 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 Leiter Leiter Mund auf Achso Leiter Mund auf Mund auf Mund auf L Blut Hortokiamo Stalingrad noch die ganze Zeit noch ein Ideen allee einig die die das Fahrt mit den Siebzuch hier oben ist klar wie sie ja Houto und Köln Hans Houto und Kinn Die 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 MOTHERFUCKING DIE DIE MOTHERFUCKING DIE Hä? Wer war das eigentlich fast jemand aus meinem Team? Also das hier? Und dann... ach so... ups I need a healing Challenge! I kill you! Ist da jemand? Nein, hä? Wie, ich hab die nicht getroffen Hey, hallo Leute! Wie geht's euch? Hey, hallo! Wer bist du? Ich heiße Marvin! Okay, das wird mir lange ein bisschen so schräg So, erstmal Leute stumm, die nerven mich Warte, den auch Oh, ich hab's überlebt Hodoken! Punch! Mensch! Ah, ist schon dead Okay, da war doch... also wieder war einer, aber... nicht mehr da Hodoken! Kill! WTF! Oh Gott! Nein, verdammt! Nein, verdammt! Oh! Like! Jetzt gilt er als aufs Moll Pienerwurstchen! For 60! Haha, triff mich nicht, triff mich nicht! Okay, ich bin weg! Wart mal Leute, ich schlech mich von oben an! Mit meiner Oldie! Reinhard! Mund auf! Bitte! Fiff! LOL! Puh! Da war die ganze Zeit so ein Soundlicht! Sooo... Ah! ...und drin... ...und drin... Aaaaah! Sooo... ...und drin... ...und dann... ...und dann... ... hier... ... th 게 now... ... oder... ... man muss da nicht drauf ... dialog ein... ... und Weise... ...oh! ... irgendwo den 1... ... der 2... ... war70... ... intern... ... Musik... ... wo 2... ... fann ihn mal travailltern? der spiel heilheit der spielers roto kippen roto auch kommt auch das kuhl und jetzt ist gar keiner da oder was so ohnehin zu gucken und schocken soll du lässt mich jetzt so eine fotze bitte 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 ist da keiner kippe bolle der game ist klar der hat mich aus Versehen gekillt aus Versehen Leute ist klar ist klar der wurde eigentlich den killen und dann killt die mich kuschelte 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 überheilung du kriegst mich nicht kriegst mich nicht kriegst mich nicht kuschelte kuschelten getroffen Die mutterfucking die Nein Widerwild Someone get away Einführung der Frachtweite bewegen Rockenball Hustkost Hustkost Samatikate Kuro Saiya Die Chinese Schnudel Hustkost Mann Mann Es ist irgendwie wie Doomfest die Frau oder ähm Ne ich bin weg Seabog Ninja Hä Cyborg Ninja Hä Was treibst du Seabog Seabog Ich bin scheiße Ich bin scheiße Ich bin scheiße Oh yeah Die 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 Lootbox Verlassen Okay Spannende Musik D 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 Hochschweiß, man kann nicht verlassen Ich wusste doch, dass ich irgendwann mal diesen Billig-Skin ziehe, Mann Der ist nicht cool, der ist so scheiße Ich mag die Oh, der ist auch cool Oh, mein Gott Ich nehm gleich das Glas und werf's gegen die Wand Mein Gott Wenn ich jetzt heute keine Legi ziehe in diesem Drecks-Livestream Dann ist schon mal Overwatch draußen, auf der Straße Ich nehm dann Kim mit und Alex alle Die coolsten, sag ich mal so Und überfahre diese Disc fünfmal Jeder fünfmal Und dann nehm ich die Schaufel Ne Nehm ich Zement Reib die, mach die Stücke für die CD rein Warte bis es trocknet und werf's ins tiefste Meer auf der ganzen Welt Und dann mach ich noch ne C4 dran So Weil ich jetzt nicht rein hart nehmen kann Oder, hm, wen soll ich nehmen Nein Oh, Leute, ich wusste es doch, dass jemand wieder reden wird So Hat sie gerade LOL gesagt? Hä? GG? Wer ist er? Können sie da weg? Gucken ihre Beine auch so raus? Och Mann. Ja, sag nicht, der hat einen Skin in Chrom. Dieser Bastard. E-Beams. Oh, fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. E-Beams, der Dinosaurier. Komm, ich hab so wittes Leben. Oh Gott. You're going down, bitch. Oh Gott. Es ist Zeit für Doomfist. Kann ich mal spawnen. Neue Taktik Hoh Mann Sollte den Pischchen mit ihr Fotzen Hö Loll 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 Ich bin immer weg Flieg Ich bin weg alter ist klar ist klar hat er gerade hatte gerade heilige scheiße gesagt wo ist die fracht ich kann man kämpfen auch machen wir es einfach so fahrer in the hall Fotze, Fotze, Fotze. Schnell weg. Och, komm. Ist klar. Bewegt der ich los. Ich bin schneller als ihr. Flieg. Du ebenfalls. Verpiss dich. Wo ist die Sniperin? Hab dich. Das Ding stirbt nicht. Ich geb dir gleich stirb hier. Wie die da noch steht. Wie geht's? Oh. Och, komm. Mann, nicht was, ob Trost und Gras richtig lustig, wie die mich gekillt hat. Also, also fast gekillt hat. Sie steht da so. Hello. Hello, motherfucker. So, geh weg. Da war auch jemand. Komm raus. Die Widowmaker gerade. Und mal so, da einen Schuss reinschießen und fertig, da ist der Tod. Eine kurve Congress, wenn du da sagst. Die Widowmaker, alter, die wollte das richtig lustig Du kleine Fotze Verpustig Ich will die noch haben Bitte Oh, ich hab ihn Oh, ich hab ihn So, die da zwei Nein, nicht drei Fotze Hm, wen soll ich spielen? Oho, ist doch logisch Hello darkness my old friend Ripple So, so krieg ich meine Waffen So, noch mehr Oh, noch mehr So, ihr kriegt diese Waffen Oh Alter, fast hätten die mich Hudowhoken Hudowken Hudowken Ich spiel mal mit dem Affen Ich spiel mal mit dem Affen Wenn's n Komm her Null Den Ach egal Entschuldigung Ich spiel mal mit dem Affen Ich spiel mal mit dem Affen Mann! Ach, muss ich mal wieder Reinhardt spielen. Obwohl... Habt ihr schlecht gehackt? Hm? Achso, wir verteidigen. 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 Letz mich forschen. Huh. Oh Gott. Furt. Pfff. 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 Jetzt kommt ein Ulti Hotout-Ticker wieder. Oh Gott. Sätze, sie sind voll ein. Run. Ist die Russen noch bei uns? Ja, ja, die ist noch drin, das ist gut, das ist gut. Hast du deine Ulti? Komm, mach dasselbe, bitte. Meine Fresse, mach's doch. Ich kann nicht Highlights sein. Und die Shoulder. Es ist Zeit, nur. I'm fight Also Andi, hast du morgen Zeit? Ich dann zu dir Und Andi, jetzt musst du keine legen oder sowas erfinden, nur um zu mir zu kommen, nur wegen Overwatch Ich weiß Bescheid Bescheid Ich weiß nicht Ich deinem Unda 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 und Was war denn jetzt das? Oh komm! Voll die Pussy man! Oh Mann! So jetzt gebe ich erst mal einen John Cena. Komm her! Ich mach mit dir John Cena, komm! So halt dein Maul! So halt eure Maul! Ich kann doch schon mal gut Deutsch! So! Schockusel! Oh ja! Hodoken! Wir haben dich gesehen! Motherfucker! Hä? Mein Alts! Durchfall! Ach so willst du es Also so kleiner Motherfucker du Hä? Ich bin dann mal weg. Ich bin auf diesem Teil gestorben. Ich bin dann auch ein Kurei. Ja, ich bin dann auch ein Kurei. an die wir machen ja diesen glitsch zu kommen der hat schon mal nicht funktioniert ok jetzt bin ich auch schnell ich will auch schnell sein so foto auch 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 Doken auch ich habe zu zauber jetzt Hm? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Afrika. Ostfront! Oh Gott. lore in strong mexican avenues airmen. Oh Gott. Und zwar entwiselt lui. Oh Gott. Oh Gott. Andi? Hi, Mom. Okay, Leute, jetzt geht's mal wieder weiter. Andi, hast du jetzt morgen Zeit? Nein, der Drogen durchschissen hat sich. Nein, ich habe eine TV, ich habe hier nur zwei, zwei, sechs Minuten. Und du sagst, du sagst, du sagst? Und du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Wieso ist das? Nein, ich habe hier rausgebracht, ich habe hier rausgebracht. Und du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Sag ich morgen, okay. Please, highlight. Ach, komm. Ach, komm. Okay, meine lieben Freunde und das war es mit diesem Video. Und wir hoffen uns, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn ich dann nicht. Und dann nächstes Mal bis ciao, ciao. Morgen um 12 Uhr lade ich ein Video hoch. Und um 13 Uhr kommt ein Livestream mit Andreas Finkbeiner, wenn er zu mir kommt. Dann bis nächstes Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.